Vorsicht an den Türen, bitte zurückzahlen. Hier ist der Gong 96.3 Nikolaus und das heute in einer ganz besonderen Mission, denn heute erfüllen wir den großen Nikolaus-Wunsch vom kleinen David, sechs Jahre alt, aus Großhadern. David, hallo. Hallo. Du möchtest vorne mit dem Lokführer die U-Bahn fahren, stimmt's? Ja. Komm, auf geht's. Ich bin die U-Bahn gefangen, das war aufregend. Danke, Mike. Danke, Nikolaus.